Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute soll es um das Thema Stress gehen. Wir Mamas haben immer Stress. Fast jeden Tag, würde ich behaupten. Aber es gibt positiven Stress und es gibt negativen Stress. Es ist zum Teil auch gut, Stress zu haben, weil dieser positive Stress, der lässt uns einfach dranbleiben, der lässt uns aktiv bleiben, der lässt uns nicht den ganzen Tag auf der Couch liegen, sondern der lässt uns etwas tun. Und dann gibt es aber natürlich auch so diesen negativen Stress. Den bemerkt man am ehesten anhand von körperlichen Beschwerden, wenn man oft Kopfschmerzen hat, Bauchschmerzen, oft krank ist, wenn man so eine innere Unruhe verspürt, wenn man unausgeglichen ist, wenn man auch im Alltag mit den Kindern schnell laut wird oder schnell genervt ist, wenn man launisch ist, daran merkt man einfach, dass man zu viel negativen Stress hat. Und ich glaube, das hat die Mehrzahl von uns einfach. Ich musste das auch erst herausfinden und schauen, okay, was kann ich denn jetzt gegen diesen Stress tun? Weil mein Antrieb war, dass ich eben nicht mehr so schnell den Kindern gegenüber laut werden wollte, dass ich ruhiger sein wollte, dass ich nicht so schnell genervt sein wollte. Und was habe ich dagegen im letzten Jahr getan? Ich habe meditiert. Das wisst ihr selber. Ich habe ein Jahr lang fast täglich meditiert, angefangen Yoga zu machen. Und das verändert wirklich was es. Kein Mist. Ich habe mir regelmäßig Auszeiten genommen. Sowohl tägliche Auszeiten als auch so besondere Auszeiten von ein bis zwei Tagen, wo ich dann nur was für mich gemacht habe oder mit meinem Partner gemacht habe. Und das ist super wichtig, um einfach ausgeglichen zu sein. Jetzt scheint mega krass die Sonne. Was kann ich euch noch empfehlen? Frische Luft ist super gegen Stress. Und wenn es zehn Minuten sind, zehn Minuten an der schönen, klaren, frischen Luft spazieren gehen. Sporttreiben. Natürlich. Fahrradfahren. Schwimmen. Egal was. Einfach, um sich so auszupauen. Und ich merke beim Sport und auch beim Yoga, du konzentrierst dich halt nur auf diese Aufgabe, diese Übungen, die du da gerade machen musst. Und dein Kopf kann sich mit gar nichts anderem beschäftigen, weil er darauf fokussiert ist, weil das kompliziert ist, gerade beim Yoga manchmal, und ihr euch darauf konzentrieren müsst. Und wenn es dann vorbei ist, merkt ihr, boah, ich habe jetzt anderthalb Stunden an nichts gedacht, was mir Stress bereitet, sondern habe mich nur auf diese Yoga-Übungen konzentriert. Und das ist so entspannend. Das ist so krass. Ich werde so oft gefragt, ist das wirklich so entspannt? Bringt das wirklich was? Aber dadurch, dass du dich so krass darauf auch konzentrieren musst und so schnell abschalten kannst, bringt das was auf jeden Fall. Deswegen, schaut doch mal, was ihr davon eventuell übernehmen wollt, was ihr anfangen wollt zu tun, um diesen Stress in eurem Alltag abzubauen, um einfach gelassener im Alltag mit euren Kindern sein zu können. Weil ich weiß, viele von euch haben sich für 2018 das Ziel gesetzt, gelassener und ruhiger in ihrem Alltag als Mamas zu sein. Und das wäre, glaube ich, so ein erster Schritt, einfach den Stress im Alltag zu reduzieren. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. 12. 13. 16. Untertitelung des ZDF, 2020